Hallo und herzlich willkommen zu meiner Videotutorial-Reihe RPG in the Box. Ich bin Carsten und in dieser Folge möchte ich euch erklären, was Autoteils sind und wie wir die einsetzen können, unseren Erstellungsprozess der Welt deutlich zu beschleunigen. Was wir machen möchten in dieser Folge ist Gewässer anlegen, wir wollen aber auch Sand- und Grasflächen abtrennen und wir wollen das Konzept Autoteils dazu einsetzen. Ihr kennt das bestimmt von einigen anderen Map-Editoren schon, dass man Übergänge zwischen Terrans definieren kann, dass, wenn man Gras und Sand malt, am Übergang eine Übergangszone entsteht. Und auch sowas gibt es in RPG in the Box und es versteckt sich im Map-Editor hier oben unter diesem Symbol als Create Autoteils. Wenn wir dann da draufklicken, sehen wir quasi schon das Blueprint, wie das aussehen sollte. Das heißt, hier haben wir unsere unterschiedlichen Geländeformen. Das heißt, das wäre zum Beispiel jetzt in unserem Fall, was wir als erstes machen wollen, unser Grasfeld und das wäre unser Sandfeld. Und im Übergang haben wir quasi eine Zone, wo das Gras in den Sand übergeht und wir brauchen auch diese Diagonalecken. So, das heißt, wir brauchen von den Grundrissen genau diese Felder und die müssen wir jetzt erzeugen und wir werden anfangen mit Gras und Sand, damit wir danach automatisiert unsere Level erstellen können und können quasi einfach mit linker-rechter Maustaste beide Sachen gleichzeitig malen, ohne ständig die ganzen Konturen, die Ecken geraten und die Innen- und Außenecken wählen zu müssen. Und das beschleunigt den Malprozess um einiges. Okay, wir springen mal schnell in die Assets dazu rein. So, das ist jetzt also mein Grasfeld, was wir auch die letzten Folgen benutzt haben, in einer Höhe von vier Voxeln, dass ich die halt auch für Treppenaufbauten nehmen kann, um Höhenunterschiede zu machen. Und genauso in demselben Format habe ich auch das Sandfeld erstellt. Ich habe geguckt, dass das Surface-Level oben aufliegt, damit die sich nachher bündig zusammenfügen und habe dann angefangen, aus der Kopie von meinem Sandfeld die Ränder rauszuschneiden und aus dem Grasfeld einzukopieren, also einzufügen, indem ich einfach Bereiche markiert habe und rausgenommen. Ich zeige euch das gleich an der diagonalen Ecke und habe jetzt quasi die beiden Hauptfelder. Zusätzlich brauche ich die gerade Fläche, das ist bei mir dieses Feld, wo ich an der Seite halt einfach ein Teil rausgeschnitten habe. Dann brauche ich die Innenecke, das ist bei mir dieses Feld. Ich brauche die Außenecke, das ist dieses Feld. Und ich brauche die diagonal gegenüberliegenden Außenecken. Die habe ich schon angelegt, man kann die aber, um euch das zu zeigen, einfach auch machen, indem man zum Beispiel einen Teil aus dem Model ausschneidet, auf der anderen Seite kopiert oder aus irgendeinem anderen Model kopiert mit STRG-C und STRG-V und dann könnt ihr das dann einrotieren und könnt es speichern und könntet somit die diagonalen Ecken erzeugen. So, ihr seht schon, meine Namen sind quasi Sandfeld. Dann habe ich das Feld von Sand zu Gras im Übergang. Innenecke, Außenecke und die Außenecke diagonal gegenüberliegend. Das sind so meine Objektnamensbezeichnungen. Und wie ihr das aufteilt, ist euch ziemlich überlassen. Ihr seht bei mir, ich habe einen großen Anteil Sand und eine ganz kleine schmale Graskante, wie ich das bei den meisten auch beim Fluss gemacht habe. Das sorgt dafür bei mir, dass ich nur relativ große Sandflächen erzeugen kann. Wenn ihr es gleichmäßig haben wollt, solltet ihr ungefähr hier diese Mittellinie nutzen, um die Übergänge zu machen. Und damit können wir jetzt erstmal eine erste Sandfläche erzeugen, um euch erstmal zu zeigen, wie das funktioniert. So, wir machen also alle Model erstmal wieder zu und danach gehen wir zurück in unseren Map-Editor und erzeugen jetzt hier ein Auto-Teil-Setting. Wie gesagt, müssen wir jetzt hier unsere Felder einfügen. Das heißt, wie ihr das arrangiert, was bei euch jetzt Sand und was Wasser ist oder Gras oder welche Übergänge ihr auch immer machen wollt, spielt überhaupt keine Rolle. Ihr müsst nur gucken, dass ihr euch bei einer Farbe für einen Typen entscheidet und das rigoros durchzieht. Das heißt, bei mir nehme ich jetzt diese Fläche als Gras und suche jetzt bei mir mein Feld Gras raus. Da ist es, Teil Gras und hier haben wir das Sandfeld und anschließend muss ich gucken, dass ich das alles auffülle. Das heißt, hier brauche ich jetzt quasi Sand, Gras gerade und das mache ich jetzt viermal hier rein. Und dann brauche ich bei mir diese kleine Ecke, das ist die Außenecke, die mache ich jetzt auch viermal hier rein. Und anschließend kann ich mit der rechten Maustaste einfach meine Felder drehen, wie ich das haben will. Und ihr seht hier, der kopiert sich diese vier Felder schon hin und passt die auch automatisch an, weil das einfach Duplikate in einem anderen Winkel sind. Das erkennt die Engine also ziemlich selbstständig und das ist schön. Und hier muss meine Innenecke rein. Das heißt, wir machen auch diese vier rein. Und richtet die aus. Wichtig ist, ihr müsst in jedem Feld etwas reinsetzen. Ihr könnt keines der Felder freilassen, sonst könnt ihr nicht speichern. Generell braucht ihr auch einen Namen. Das heißt, wir machen jetzt Autoteilgrub von Gras auf Sand. So, und ihr seht, ich kann nicht speichern. Ich muss jedes Feld belegt haben. Und jetzt brauche ich quasi die Diagonalecken. Die bringe ich hier rein und muss sie anschließend speichern. Oh, habe ich das jetzt richtig rumgemacht? Ich hoffe schon. Ich speichere das jetzt einfach mal und damit ist das auch schon fertig. Und er fragt mich jetzt, ob ich auf die Autoteils zugreifen will, um die zu nutzen. Und ich sage einfach mal Ja. So, wichtig ist Folgendes. Seid ihr bei den Autoteils, verschwindet der Place-Mode Box. Ihr habt danach nicht mehr die Möglichkeit, eine Box-Auswahl zu treffen. So, ich zeige euch mal kurz, wie wir jetzt malen können. Ich möchte das mal nicht hier auf der Karte machen. Wir nehmen einfach mal eine neue Testkarte und hoben uns hier aus. Da ihr den Box-Mode nicht habt, müsstet ihr jetzt mit gedrückter linker Maustaste Felder einzeln ziehen. Wenn ihr die rechte Maustaste drückt, wechselt ihr von unserem Gras zum Sand, also von einem Feld zum anderen. Wenn ihr schnell arbeiten wollt, könnt ihr euch behelfen, indem ihr hier oben den Filter einfach von den Autoteils auf die Taglist oder irgendwas anderes setzt. Und jetzt könnt ihr durch das Duplizieren, könnt ihr einfach mit gedrückter Alt-Taste, könnt ihr den Typen kopieren und mit der Steuerungstaste die Höhe und könnt hier mit B oder aus dem Box-Mode hier drüben einfach mal einen Rahmen ziehen. Das geht viel schneller, als das mit den anderen Sachen zu machen. Das heißt, wir wählen jetzt hier die Autonavigation ab. Sollen wir das vielleicht nochmal rückgängig machen. Könnt ihr auch anlassen, es spielt eigentlich keine Rolle. So, hier kriegt ihr schnell ein Feld hin. Das ist ansonsten eine ziemliche Plackerei, wenn ihr das mit den Autoteils machen wollt, wenn ihr eine große Fläche bearbeitet. So, dann gehen wir auf die Autoteils, nehmen das Ding und können jetzt hier sagen, wir nehmen die Sandfläche und jetzt, wenn wir irgendwas setzen, seht ihr, dass es aufgefüllt wird. Das heißt, wir können jetzt hier schöne Übergänge machen und können Sand-Gras-Übergänge machen. Ihr könnt das auch jederzeit wechseln und könnt das rein platzieren und jetzt seht ihr quasi, was ich meine. Meine Grasflächen sind relativ klein, das sieht man jetzt hier. Wir machen das mal so. Das ist eine Grasfläche und jetzt mache ich hier drüben nochmal eine Sandfläche und packe mal ein Gras rein. Dann seht ihr, die sind uneinheitlich groß. Bei mir ist der Sand deutlich größer, als das Grasfeld. So, somit könnt ihr das schön machen. Das ist jetzt ganz cool, aber ihr wollt natürlich vielleicht noch ein paar Sachen mehr haben. Das heißt, wir können das jetzt auch noch kombinieren und können jetzt noch einen Übergang machen zu Wasser. Und da habe ich vorgesehen, wir machen mal flaches Wasser und tiefes Wasser und nachher kommen wir sogar noch zu Gebäudekomponenten. Aber ich zeige euch jetzt kurz die Assets, die ich noch angelegt habe. So, ich habe also anhand unseres Flusses, den wir ja schon mal gemacht haben, hier unten ist er, habe ich einfach die Höhenannahmen genommen und habe die reingebracht. Zwei Voxelrand, dann einen kleinen Absatz und mein Gewässer rein und habe daraus mein See erzeugt. Bei mir heißt das Objekt Lake. Das heißt, ich habe hier das volle Feld. Ansonsten habe ich auch mein normales Gras. Die Höhe hier ist wieder vier hoch. Das heißt, mein Wasser ist ein kleines bisschen niedriger als mein Grasfeld, das es ein bisschen einsinkt. Und habe jetzt auch hier wieder gemacht. Die gerade Kante, die, halt hier oben ist es, die Innenecke, die Außenecke und die diagonale Außenecke, die wir wieder brauchen, um damit mein Wassermodell zu machen und kann das kombinieren. Und gleichzeitig möchte ich für den späteren Verlauf des Tutorials, wenn ich dann auf die Navigationstypen komme und auf die Teiltypen komme, wo man durchlaufen kann und nicht, möchte ich zwischen flachen und tiefem Wasser unterscheiden. Durch flaches Wasser wird man durchlaufen können, durch tiefes nicht. Das kommt dann aber in einem späteren Tutorial. Und habe jetzt quasi neben dem See auch noch den Ozean angefangen. Das heißt, mein Ozean ist auch dasselbe Modell, aber deutlich tiefer mit dem Grund. Und habe auch hier wieder die offene Fläche, die Seitenfläche, die Innenecke, die Außenecke und die diagonal gegenüberliegenden Ecken, damit sich das ineinander fügen kann. Und kann jetzt hier auch wieder die Autoteils dafür erzeugen. Das heißt, wiederum, wir springen in den Map-Editor, machen das und haben damit die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Geländetypen zu unterscheiden. So, wir springen also in unseren Map-Editor und vorher habe ich die Engine einfach nochmal geöffnet und geschlossen, weil ich festgestellt habe, es gibt ab und zu mal ein paar Probleme beim Anlegen der Autoteils. Das kommt ihr komplett drum herum, wenn ihr einfach mal das Spiel kurz zu und wieder aufmacht. Ich habe auch schon Bug-Tickets eröffnet für die ganzen Geschichten und für Verbesserungsvorschläge. Von daher wird sich da wahrscheinlich auch was tun. Von Justin habe ich zumindest die positive Rückmeldung bekommen. Und wir legen jetzt an den Übergang von Gras auf den Fluss oder auf unserem See vielmehr gemerkt. Das ist wieder unser Grasfeld. Und wir können jetzt wieder anfangen zu editieren. Das heißt, hier kommt wieder das Grasfeld rein. Hier kommt unser Lake rein. Oben ist er. Jetzt brauchen wir wieder die Diagonalen gegenüberliegend. Und setzen genau wie vorhin hier unseren ganzen Spaß zusammen. Ich mache das jetzt noch einmal. Den Rest nehme ich dann quasi im Schnelldurchlauf, damit ich euch nicht so sehr langweile. Wir klicken hier einfach alles zusammen und dann richten wir das wieder mit der rechten Maustaste aus. So, und wir haben die zweite Teilgruppe angelegt und können jetzt damit arbeiten. Das heißt, wir gehen jetzt wieder auf die Testmap und können uns hier eingliedern und können anfangen hier zu zeichnen. Jetzt kommt ein interessanter Effekt. Wenn wir hier jetzt malen, klappt das alles wunderschön. Kommen wir aber hier in dem Bereich der anderen Gruppen ran, haben wir das Problem, dass er das nicht erkennt. Unser Teil, also unsere Autoteils erkennen quasi nur die Teils, die auch in der Konfiguration vorhanden sind und können sich daran anschließen. Das heißt, in jedem Übergang zu Gras kann ich das machen, aber wenn der Felder daneben hat, die nicht im Setup vorkommen, komme ich nicht drumherum, ihm den Rahmen zu geben. Deswegen habe ich vorne auch die große Grasfläche erzeugt, damit sich das da schön einsetzt. Das heißt, im Idealfall bereitet ihr die Flächen quasi großflächig vor mit Wasser oder mit Gras und macht quasi die Konturen am Rand einfach so. Das nimmt euch den größten Teil weg. Und ja, ich habe auch ein Backticket eröffnet, dass man in der Mitte noch leere Stellen freilassen kann, was wir nachher bei den Gebäuden brauchen werden. So, jetzt haben wir quasi den See. Was ich jetzt mache in der kurzen Pause, ich werde jetzt den Ozean erstellen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und hier bin ich wieder. Der Ozean ist angelegt und das Gras auch. Ich möchte jetzt einfach nochmal kurz die Grasfläche hinzufügen, dass wir das auch besser mitkriegen können. Das heißt, ich mache jetzt wieder im Box-Mode einfach mal eine große neue Fläche ran, aber ohne Navigationspfade wieder. So, und kann jetzt hier mit meinen Auto-Tiles, die ich übrigens über den Filter hier unten immer aktivieren muss, Auto-Tiles. Und denkt dran, dann geht der Box-Mode weg. Wenn ihr raus wollt, müsst ihr wieder auf die Filter bei Name ist normal, der Normalwert. Können wir jetzt anfangen und können sagen, an unsere Wüste gliedert sich jetzt quasi ein kleiner Teich an. Und können den hier auch mit irgendwelchen Ecken ausbauen. Und hinter dem Teich beginnt der große Ozean und können den jetzt machen und der ist jetzt quasi tiefer und können jetzt einfach hier mit gedrückter Maustaste können wir es hier einfach malen. Und wenn uns was nicht gefällt, können wir das rückgängig machen und haben eigentlich nicht mehr das Bedürfnis, ständig aus unseren ganzen geraden Ecken, Innen-Ecken, Außen-Ecken, Diagonal-Ecken und sonst irgendwas, ein Bild zu erzeugen, was richtig massiv Zeit kostet. Und ziemliche Fummelei ist. Und ich finde, das ist einfach ein mega cooles Feature, was aber halt momentan auch noch ein paar Bugs hat. Also wie gesagt, wenn ihr Teils anlegt, macht die Engine in der aktuellen Version 1.0.6.5 zu und macht sie neu auf. Ihr geht da mit einigen Problemen aus dem Weg. Ich habe die Bug-Tickets angelegt und ich hoffe, das wird auch bald bearbeitet werden. Ansonsten kommt ihr in das Problem rein, wenn ihr mehrere Teilgruppen hintereinander macht, dass ihr irgendwelche komisch ausgerichteten Sachen findet. Ihr findet den Fehler nicht, kommt nicht damit klar. Hoffentlich, wenn ihr das in der Zukunft guckt, probiert es mal aus. Vielleicht ist das Problem bei euch auch schon erledigt und nur ich muss mich hier als Vergangenheitskasten damit rumschlagen. Genau, okay. Das ist es dazu. Jetzt ist das Tool zwar dafür da, um Flächen zu gestalten, aber ich mag Kreativität und missbrauche auch gerne mal das eine oder andere Tool, um irgendwelche coolen Sachen auszuprobieren und habe mir gedacht, wenn ich das machen kann, wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Wasser und Wänden? Also ich möchte halt gern auch mein Haus automatisiert bauen können und habe damit genau denselben Punkt angefangen und habe angefangen, mir die Wände, meine Mauerwand, Putzwand, Fachwerk zu machen. Und ihr erinnert euch vielleicht dran, in meiner Karte habe ich sogar für das Fachwerk verschiedene Settings gehabt, nämlich für die untere und die obere, weil diese Diagonalen halt anders gehen und auch mit dem Eckansatz hier und sowas und möchte das halt jetzt auch in der Teilgruppe abbilden. Das heißt, auch hier muss ich jetzt wieder dafür sorgen, dass diese Ecke, die ich vorher hatte, einmal kopiert wird und jetzt auch in beide Diagonalen, das habe ich euch vorhin gezeigt, Copy, Drehen, Paste und da hat sich das erledigt. Das sieht dann quasi so aus, dass ich das hier unten auch irgendwo habe. Lass mich kurz gucken. Taglist. Und ich habe jetzt hier einfach meine Diagonalüberlappung und wie gesagt, einfach markieren, Steuerung C, Steuerung V, dreht euch das in der Ecke, wo ihr auch immer das haben wollt, sagt hier unten Akzeptieren und das Ding ist erledigt. Es geht super einfach. Okay, so. Und damit möchte ich jetzt das nochmal anlegen. Das machen wir jetzt noch einmal zusammen für die Karte und Putz und Fachwerk lege ich dann selber an. Beziehungsweise, nee, wir machen das für das Fachwerk nochmal gemeinsam und den Rest mache ich dann. Und dazu mache ich jetzt wieder meine Engine zu und mache die neu auf. So, jetzt haben wir das Ding geöffnet und jetzt wollen wir unsere Wandgestaltung anlegen. Und jetzt haben wir den Punkt, dass wir jetzt hier unsere Felder belegen müssen. Aber was haben wir denn jetzt eigentlich? Wir wollen ja eine Wand und neben der Wand ist ja nichts auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hätten wir in der Wand halt vielleicht irgendwie einen vollen Steinblock. Das heißt, wir brauchen jetzt irgendein Setting. Und ich habe gesagt, wir können nichts freilassen. Das ist ein ganz großes Manko, was wir aktuell haben. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, bei meiner Wand, wo ist meine Wand jetzt mal hier als Beispiel? Lassen wir uns mal kurz hier einen kurzen Entwurf machen hier auf dem Feld. Wir wollen jetzt die Wand haben und wir wollen auf der anderen Seite, könnten wir jetzt sagen, wir machen hier jetzt einfach die Wand als Block hin, als vollen Block und können das erzeugen und hatten dann hier die Ecken. Das ist ganz schön. Das kann man machen. Für mich möchte ich das aber nicht, dass meine Wände vollflächig sind. Und ich möchte halt auch die Möglichkeit haben, wir haben ja festgestellt, nur wenn wir den Terranktyp treffen, den wir schon haben, können wir die Übergänge machen. Das heißt, ein Grasfeld ist ein Grasfeld und es ist jetzt völlig egal, ob ich von Gras zu flachem Wasser, tiefem Wasser oder Sand übergehen will. Das heißt, ich brauche irgendwie einen einheitlichen Übergang. Und da kam natürlich das Problem, wie kriege ich das hin? Und in meiner Kreativität bin ich halt auf den Punkt gekommen, Mensch, ich mache mir einfach einen Platzhalter. Wenn ich es nicht freilassen kann, dann muss ich halt die Engine austricksen und mache das so. Und habe jetzt zwei Felder angelegt. Zum einen habe ich das Problem, dass meine Wände ja auf dem Boden sind und Navigationspfad erzeugen, was ich nicht haben will. Und ich möchte auch nicht unsichtbare Layer haben. Und habe angefangen, mir mein leeres Feld zu machen mit so einem schönen Sperrzeichen und ein volles Feld auch mit so einem schönen Sperrzeichen. Die mache ich einmal rein und lösche die dann einfach wieder raus. Und habe auch die Property gesetzt, dass diese nicht passierbar sein dürfen, damit keine Navigationspfade entstehen. Dann ist man wohl beim Copy-Pasten wieder reingerutscht. Und das ist jetzt erstmal so ein Platzhalter, den ich nachher schnell rausnehmen kann. Und damit fange ich jetzt an, mir meine Wand zu gestalten. Das heißt, ich gehe jetzt hier rein und fange jetzt an mit meinem Fachwerk. Das heißt, das ist jetzt meine Wand und dann nehme ich jetzt quasi meinen vollen Block. Das ist der mit dem Ohnenaufbau und ich nehme den Empty-Block. Den kann man jetzt leider nicht unterscheiden. Und ich fange jetzt hier an, meine Wand reinzumachen. Und da habe ich jetzt ja hier mein Fachwerk. Das ist bei mir Wall-Timbert, heißt das. Wall-Timbert. Und jetzt habe ich erstmal die geraden Strecken. Fangen wir erstmal damit an. Wir haben die geraden Stellen. Und dann richte ich die aus. Und dann habe ich natürlich noch die Außenecke. Das ist auch relativ einfach. Und in der Innenecke habe ich jetzt den Unterschied, dass ich ja diese Diagonale einmal etwas weiter oben und einmal unten habe. Deswegen brauche ich jetzt quasi einen niedrigen Fachwerkwand und eine hohe. Das ist bei mir quasi Innenecke unten. Und für das andere mache ich mir einfach ein zweiter Autoteil grob für oben und nenne die halt entsprechend, damit ich das dann machen kann. So, und jetzt brauche ich noch die Außenecke diagonal und muss die wieder einfügen. So, und dann nenne ich das jetzt quasi Wall-Fachwerk und unten. Oder das niedrige. So, und das mache ich jetzt quasi auch für die obere Fachwerkwand. Und ich mache das einmal für meine normale Wand. Und danach zeige ich euch, wie ich damit ganz schnell das komplette Haus zeichnen kann. So, ich habe jetzt folgende Assets angelegt, was wir schon kannten. Gras, Sand, Gras zum Teich, zum Ozean, fürs Fachwerk, der untere, da muss ich drüberhabern, dass ich sehe, der obere Reihe, den Stein und die Putzwand. Und damit möchte ich jetzt mein Haus erstellen. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen. Wie gesagt, das Bug-Ticket für den Box-Mode ist erstellt. Es gibt aber auch noch einen Exploit oder was heißt Exploit? Man kann es trotzdem machen. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Also, wir nehmen erst einmal die Selektion und machen hier erst einmal eine Grasfläche hin. Und können dann, können damit jetzt erst einmal hier unser Haus anlegen. Halt im Box-Mode, drückt die B-Taste dafür. Dann haben wir erst einmal hier eine Grasfläche. Und dann wollen wir auf der Grasfläche wollen wir jetzt auch unser Parkett machen, was wir normalerweise im Haus haben. Das heißt, wir nehmen hier den entsprechenden Bodenbelag. Ja, und markieren jetzt, welcher Teil im Haus sein soll. So, machen wir es mal da hin. So, dann kann ich jetzt auf meine Autoteils wechseln, indem ich hier auf Autoteils gehe und fange jetzt an. Ich sagte ja schon, wir brauchen eine gleichmäßige, also er erkennt die Definition, was wir gemacht haben, für den vollen und den näheren Block. Und wenn der gleich ist, können wir die Übergänge auch gleichmäßig machen. Da wir hier überall gesagt haben, wir haben als Modell diesen Stein und diesen Stein, sind diese Modelle alle miteinander kompatibel. Das heißt, wir können von dieser Art Block auf jede Art von Wand übergehen, die in Autoteils berücksichtigt ist. Ja, das ist quasi ein kleiner Missbrauch des Systems, aber es funktioniert sehr gut. Okay, wir fangen also jetzt erstmal an, indem wir die Außenwand setzen wollen. Das ist die Wand aus Stein. Und ich habe ja schon gezeigt, wir können den Box-Mode hier nicht wählen. Wir können aber trotzdem die B-Taste drücken und dann haben wir den Box-Mode trotzdem. So, also, wir gehen jetzt ein Feld hoch und machen jetzt hier für das Haus einen kompletten Rahmen. Dann gehen wir noch eine Ebene hoch und machen nochmal einen kompletten Rahmen. So, das ist unser Haus, was es werden soll. Jetzt können wir mit der rechten Maustaste wechseln und das wechselt jetzt wieder in den Single-Mode. Damit müssen wir jetzt einfach erstmal leben. Wie gesagt, das Bug-Ticket ist geschrieben und ich glaube, das wird auch relativ zügig umgesetzt werden, dass das weg ist. Und können jetzt hier unsere Außenwand dran rummalen. Wir müssen jetzt angrenzend malen. Ja, denkt dran, weil wir ja quasi den Übergang von unserem Ausgangsfeld leer, also das Niedrige, zum Hohen machen wollen, sodass er den Übergang ersetzt. So, wenn wir jetzt auf die nächste Ebene kommen, seht ihr auch direkt, was passiert. Er ersetzt jetzt quasi das Modell voll, was wir eingegeben haben, mit der Außenwand. Und ich muss mich nicht um die Ecken kümmern. Ich muss mich nicht um irgendwelche Nischen kümmern. Und ich muss nicht aus mehreren Modellen irgendwas wählen. Und hervorragend ist es jetzt auch, dass ich damit einen Balkon anlegen kann. Ich kann irgendwelche Innengestaltungsbereiche machen. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich es einfach wieder hinmalen, wie hier jetzt zum Beispiel. Also ich habe da relativ schön die Möglichkeit zu modellieren. Und kann jetzt auch den Innenraum gleich mit davon gestalten. Da muss ich mir gleich noch einen kleinen Trick machen. Also ich will jetzt hier einen Fachwerkbereich machen. Dann nehme ich jetzt das obere Fachwerk. Und mache jetzt den Raum. Also, das war eins zu viel. Hier wollen wir hin. Einen Rahmen muss man immer Abstand lassen, damit es quasi die Übergänge erstellt. Also hier haben wir jetzt quasi so einen schönen Empfangsfachwerksraum. Und dann machen wir hier noch die Putzreihen dazwischen. Das heißt, ich habe hier so einen kleinen Raum. Hier hinten kommt ein kleiner Raum rein. Und jetzt kann ich hier nochmal gestalten. Hier lasse ich so eine Nische drin, eine Abstellkammer. So zum Beispiel. Und kann hier einfach mein Haus definieren, wie ich da gerade Lust dazu habe. Und ihr seht auch, ich kann das auch relativ einfach wieder reinpacken, wenn ich eine neue Wand haben will. Wir sind hier keine Grenzen gesetzt. Jetzt muss ich mir aber kurz helfen. Jetzt muss ich den Box-Mode nehmen im Select-Tool. Das kann ich wieder mit dem B erzwingen. Erzwingen und ich, wie gesagt, ich hoffe, dass der Fix schnell kommt. Ich schreibe das nochmal, dass ich das per Taste tatsächlich noch erzwingen kann, habe ich auch gerade erst beim Aufnehmen gemerkt. Also es ist mir wirklich tatsächlich gestern Abend bei der Folgenaufnahme nicht aufgefallen. Und ich gehe davon aus, dass das hoffentlich bald behoben sein wird. So, also jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir in die untere Ebene reinkommen. Wir mussten das jetzt erstmal wegmachen, dass uns das nicht die Sicht verdeckt. Und wir können jetzt auch hier wieder sagen, wir nehmen jetzt den Fachwerkbereich für unten und malen den hier einfach rein. Und damit ist unser Haus dann eigentlich auch schon schön ausstaffiert. Wir nehmen jetzt da noch das Pflaster. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist tatsächlich manuell die Wände, äh Quatsch, die Wände, die Fenster und Türen einbauen. Aber zumindest habe ich dieses nervige und zeitraubende Gestalten der Innenwände nicht und kann mir so meinen Entwicklungsprozess für meine Strukturen deutlich beschleunigen. Ich muss halt nur gucken, dass ich schöne Modelle habe, die diese Übergänge ermöglichen. So, machen wir das noch weg. Und dann sind wir fertig mit unserem Level. Das habe ich, glaube ich, zu viel weggemacht. Ist es aber auch nicht so wild. Prinzipiell geht es nur darum, euch zu zeigen, was möglich ist. Und ich habe mein Haus fertig. Sieht schön drin aus. Und wenn ihr euch daran erinnert, wie lange wir das letzte Mal gebraucht haben, ist das eine deutliche Zeitversparnis. So, jetzt kann ich ja außen drin noch meine Grasflächen setzen. Und dann ist das Thema Geschichte. So, ich hoffe, damit wird das ein bisschen klarer. Wie gesagt, Autoteils war jetzt häufiger mal im Discord-Forum drin. Deswegen wollte ich es mal abhandeln und auch mal rauskriegen, was man damit vielleicht noch alles machen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hilft euch sehr bei der Entwicklung eures eigenen Spiels, dass ihr euch da austoben könnt. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich riesig über ein Abo freuen, dass ich aus der YouTube-Babbe ein bisschen mehr Erreichbarkeit kriege und mich andere Leute auch noch finden werden. Und ich hoffe, wir sehen uns in einer der nächsten Folgen. Bis dahin habt viel Spaß, tobt euch aus und macht's gut. Tschüss.